Hallo und herzlich willkommen bei diesem digitalkamera.de FotoMOOG. Mein Name ist Harms Dirks Gronewold, ich bin gelernter Fotokaufmann und arbeite als Redakteur bei digitalkamera.de. In diesem Kurs erwarten dich vier Kapitel. Diese führen dich von der richtigen Kamerawahl zu den ersten Schritten mit der Kamera. Von daraus geht es weiter in die fotografischen Basics. Abschließend lernst du, wie die Bilder von der Kamera auf den Computer gelangen und was du dort mit den Bildern alles anstellen kannst. Im ersten Teil dreht sich alles darum, wie du die richtige Kamera für dich findest. Wir möchten dir zeigen, ob eher diese oder diese die richtige für dich ist. Das heißt, wir erklären dir die wichtigsten Ausstattungsmerkmale moderner Kameras. Wir schauen uns an, warum es große Preisunterschiede bei verschiedenen Modellen gibt und ob Megapixel und Bildqualität das gleiche sind. Ich kann dir schon mal verraten, sie sind nicht das gleiche. Wenn du die richtige Kamera gefunden hast, geht es im zweiten Kapitel um die ersten Schritte mit der neuen Kamera. Wir beantworten dir Fragen wie, welche Speicherkarte ist für dich die richtige, was ist der Unterschied zwischen Kompression und Auflösung, ist es sinnvoll eine Schwenkpanorama-Funktion zu benutzen und wie eng sollten Motive in Szene gesetzt werden. Damit du fotografieren lernst und nicht nur knipsen gehst, haben wir die wichtigsten Fotobasics im dritten Kapitel zusammengefasst. Du wirst lernen, was es mit Zeit, Blende und ISO-Empfindlichkeit auf sich hat und wie diese sich auf das Bild auswirken. Wir erklären, wie Bildrauschen entsteht und wie du es weitestgehend verringern kannst. Darüber hinaus zeigen wir dir, was es mit Motivprogrammen, Halbautomatiken und einer Motivautomatik auf sich hat. Abschließend lernst du noch, was sich hinter dem Begriff Cropfaktor verbirgt und wie dieser sich auf eine Brennweite auswirkt. Das vierte und letzte Kapitel beantwortet dir die Frage, wie die Bilder von der Kamera in den Computer gelangen. Außerdem lernst du, wie du Fotos per Hand oder per Software organisierst. Und wir verraten dir, wie du die Verwaltungsfunktion von Adobe Lightroom vollkommen kostenlos nutzen kannst. Darüber hinaus erfährst du den Unterschied von IPTC-Daten und Katalogen. Abschließend lernst du noch, warum nicht-destruktive Bildbearbeitung besser ist als destruktive Bildbearbeitung. Wie du anhand der Kapitelthemen sehen kannst, behandeln wir in diesem Foto-MOOC vor allem die technischen Aspekte der Fotografie und weniger den kreativen Teil. Und nun viel Spaß mit diesem Foto-MOOC. Vielen Dank.